ja hallo liebe campingfreunde nach meinem zweitägigen aufenthalt am weingut in rot bin ich jetzt nur 30 kilometer weiter gefahren und bin jetzt hier auf einem stellplatz an einem straußenhof an einer straußenfarm das ist im rahmen von landvergnügen und die erste nacht ist kostenlos ja und jetzt geht es gleich mal zu den tieren die zeige ich euch gleich der stellplatz ist recht schön doch die chemietoilette kann nicht entsorgt werden der abfall auch nicht frischwasser gibt es und das graue wasser kann nur über die toilette entsorgt werden an der straußenfarm befindet sich auch ein biergarten dort kann man einige wenige straußengerichte essen so 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 so